Es gibt viele Arten Fotos zu archivieren. Du kannst sie auf CD oder Festplatte packen und hoffen, dass in 10 Jahren noch jemand weiß, was USB ist. Du kannst sie im Netz speichern und glauben, dass garantiert nur du das Passwort für deine intimsten Momente kennst. Du kannst sie auch zu Hause ausdrucken und dir einreden, dass die Qualität ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Oder du nimmst dir die besten deiner Fotos und belohnst sie mit dem besten der Fotobücher. Einem Cinebook.